Herzliche Grüße aus Bethel an der Stelle. Ich freue mich auch heute Abend noch zu Ihnen sprechen zu können und hoffe, ich kann Ihnen ein bisschen Lust machen mit dem, was es bedeutet, in der Tat in der Diakonie tätig zu sein. Ich kann dazu sagen, ich bin jetzt im neunten Jahr in Bethel. Bethel ist eine Einrichtung, wir haben jetzt circa 26.000 Mitarbeiter, wir betreuen über 200.000 Menschen ambulant, stationär, unterstützen Sie in Ihrem Streben nach Teilhabe und daran, dass auch Sie ein bisschen Lust am Leben wiederfinden. Drei Gründe sind es, die mir in meiner Arbeitszufriedenheit und auch Lust, Freude bereiten. Da ist das Dasein für Menschen, da ist das Engagement und die hohe Empathie der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeitenden und die Lust auf die neuen Aufbrüche. Dasein für Menschen. Mich begeistert, Bruder Kirchhoff, es wäre schön, wenn Sie jetzt, danke, Sie sehen, ich arbeite mit Assistenz. Das sind wir in Bethel gewöhnt, mit Assistenz zu arbeiten. Mich begeistert und mir macht Freude die Vielfalt der Menschen, mit denen ich in meiner diakonischen Praxis jetzt zusammen bin. Das ist schon etwas anderes als in der Gemeinde oder auch in der Verwaltung einer Landeskirche, wie wichtig die Themen da natürlich auch sind. Bei mir, und das habe ich mit zwei Bildern, drei Bildern angedeutet, ist das zum einen, das knüpft an an das, was Uwe Birnstein eben über das Raue Haus gesagt hat, das Engagement und der Einsatz für Kinder, für Teilhabechancen von Kindern, Bildungschancen für Kinder und das Erschließen diakonische Erfahrungsräume für Kinder und ihre Eltern. Und auf der anderen Seite, da sehen Sie einen älteren Herrn mit einem Kaffeebecher. Das ist ein Bild aus der Diakonie in Freistadt. Freistadt liegt zwischen Minden und Bremen, mitten im Moor. Eine Kolonie, wie man das damals nannte, die Friedrich von Bodelschwing gegründet hatte, für Menschen, die ohne Wohnung, ohne Obdach waren. Zunächst vor allem für Männer. Land, das keiner will, für Menschen, die keiner will. Eine Diakonie-Geschichte auch mit einem Paternalismus im Anfang. Aber daraus erwachsen ist jetzt die Selbstvertretung wohnungsloser Menschen. Für Deutschland und europaweit wirksam, in der Wohnungslose sich selber engagieren, auf den Weg machen. Das sind zwei Beispiele, die zeigen, wie gut es tut, mit Menschen in all ihrer Verschiedenheit zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie Menschen sich entfalten, sich verändern. Ja, und da hat Leonard Cohen recht, wenn das Licht dann durch den Ball hereinfällt, das Licht der Liebe, dann verändert das Menschen. Und das ist eine Erfahrung, die in der Arbeit beflügelt und Lust macht. Auf der nächsten Seite habe ich nochmal ein konkretes Projekt aufgenommen, was eben auch in dem Beitrag von Mike Diehl schon angesprochen war, nämlich die Frage, wie können wir Menschen beistehen, die durch die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 ja eigentlich alles verloren haben, das Leben verloren haben, einige im ganz ausdrücklichen Sinne, aber auch andere, denen sozusagen alles abgeflutet ist, worauf sie bisher ihre Perspektive, ja ihr Leben, ihre Gemeinschaft, ihre Familie gegründet haben. Wie kann man da Menschen beistehen, wie kann man da Menschen helfen? Und das ist, das habe ich mit zwei Bildern zusammengefasst, auf der nächsten Seite natürlich auch die Stunde erst einmal der Blaulichtdiakonie, wie wir so schön sagen. Einer Diakonie, die hilft da, wo die Not am größten ist, die einfach nicht mehr fragt, sondern Nothilfe leistet. Und Nothilfe leisten, das haben an der Stelle vor allen Dingen, und das finde ich nochmal auch sehr ermutigend, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch die Ehrenamtlichen in Bethel selber getan. Die gesammelt haben, die sich eingesetzt haben, die Fahrer der Bettler Brockensammlung haben gar nicht gewartet, dass irgendein Vorstand ihnen ein Go gibt und sagt, sie können jetzt losfahren, sondern die haben dann von der Raststätte in Lichtendorf, das ist in der Nähe von Schwerte angerufen und gesagt, wir sind jetzt unterwegs. Also Mitarbeitende, die an der Stelle ganz engagiert dabei sind und die uns vor allen Dingen auch eine Botschaft mitgegeben haben, nämlich, wir kommen da nicht nur als Blaulichtdiakonie, sondern wir bleiben. Auch das, denke ich, das ist ja auch ein biblischer Bezug, dass die Liebe bleibt. Dieses Bleiben bei den Menschen auch in dieser schwierigen Lebenssituation, die alles auf den Kopf gedreht hat, die nichts unzerstört zurückgelassen hat. Dieses Bleiben ist eigentlich erstmal der erste Schritt auch, um auszuhalten, um da zu sein. Und das hat in der Gemeinschaft der Mitarbeiterschaft auch mir wiederum sehr viel Stütze gegeben und auch Freude bereitet, um solche Projekte im Ahrtal weiter zu verfolgen. Also ganz konkret Motivationsschub für Menschen, die in Führung Verantwortung tragen aus dem Kreis derer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und damit bin ich auch bei meinem zweiten Punkt. Dasein für Menschen ist der erste. Der zweite Punkt, der mir Lust bereitet, der mir Freude bereitet, ist in der Tat die Gemeinschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die hohe fachliche Qualität, aber vor allen Dingen das Engagement und die Empathie. Man sieht es hier diesen jungen Leuten ab, die da auf einem Bild sind. Das ist eine Einführungsveranstaltung im Bereich der Altenhilfe für das Thema Pflege. Und wie begleiten wir Menschen in der Pflege weiter? Menschen, die aus der Ökumene zu uns gekommen sind, über unsere Partnerkirchen in der Vereinten Evangelischen Mission. Und dieses Engagement, diese Mitarbeit der Kolleginnen und Kollegen ist etwas, was sehr motiviert. Und wir sollten nicht nur auf den Fachkräftemangel immer schauen in der Diakonie und uns davon entmutigen lassen. Mir ist wichtig, auch zu sehen, welchen Schatz, welche Fülle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wir haben. Und auf sie zu hören und zu verstehen, welche Haltung sie haben, das hilft in ganz aktuellen Debatten, etwa bei der Frage nach dem assistierten Suizid auch. Denn im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen spürt man sehr genau, wo die Fragen sind, wo auch Antworten gesucht werden müssen. Und daraus kann dann auch Haltung entstehen, die eine Unternehmensführung prägen kann. Also Engagement und Empathie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das finde ich, ist ein ganz, ganz positiver Faktor. Und nochmal ein Stichwort vertiefend auf der nächsten Folie zum Thema diakonische Haltung. Wir haben vor einigen Jahren, acht, neun Jahren angefangen, unseren ganzen Einführungsprozess für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am blauen Band der Diakonie auszurichten. Das sehen Sie hier unten auf der Karte Diakonisch Glauben erleben, das blaue Band der Diakonie, das uns in Gemeinschaft zusammenhält. Und dabei ist eben wichtig anzuerkennen, dass Mitarbeitende ihre eigenen Profilierungen, auch ihre eigenen Anfragen an diakonische Haltung im Unternehmen mitbringen. Was bedeutet das heute, Diakonie zu sein, unternehmerische Diakonie zu sein und aus Wurzeln heraus auch evangelisches Profil zu entwickeln? Das macht nicht immer nur Lust, da gibt es auch Debatten, die schwierig sind, wenn das Diakonische, das Für-Menschen-Dasein in Konflikt gerät mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Da entsteht viel Reibung, aber solche Reibung erzeugt Nähe, erzeugt Wärme und am Ende entsteht daraus etwas, was nach vorne bewegt und nach vorne trägt und was auf Dauer stellt, worum es uns in Bethel zu tun ist. Wichtig ist bei uns, und das knüpft nochmal an das Stichwort der Diakonengemeinschaft im Rauen Haus, auch wir haben in Bethel zwei diakonische Gemeinschaften. Da gibt es ein Bild auf dem nächsten Chart, da sehen Sie zum einen eine Diakonisse, eine Diakonisse Sareptas und daneben sehen Sie eine Sarepta-Schwester im Gespräch mit einem Nazareth-Diakon. Diese Gemeinschaften sind auch in einem diakonischen Unternehmen wichtig im Sinne einer positiven Motivation, weil diese Gemeinschaften immer sich in ihrem Wirken nicht nur auf Bethel oder die Diakonie begrenzt haben, sondern immer auch für die Kirche tätig waren, sich als Vertreter der Kirche gesehen haben und bis in die Ökumene hinein bis heute wirken. Diakonische Gemeinschaften stehen dafür, dass wir den Kreis auch in einem Unternehmen nicht zu klein, nicht zu eng ziehen dürfen. Wir brauchen auch Luft, offene Fenster, offene Türen, die Begegnung nicht nur hier in kirchlichen Kontexten, sondern bis in die Ökumene hinein, um uns mit, wie gesagt, Engagement und Empathie weiterzuentwickeln. Und da leisten gerade unsere Gemeinschaften immer so einen kleinen prophetischen Dienst, den ich persönlich sehr schätze und der mir für meine Verantwortung sehr, sehr wichtig ist. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Neue große Nöte bedürfen neuer, mutiger Gedanken. Ein wunderbares Wort, Friedrich von Wodelschwenks. Ein Wort, das Lust macht auf neue Aufbrüche. Ein Wort, das Lust macht, um es mit dem modernen Wort zu sagen, zur Innovation. Das Bild, was Sie hier sehen, ist ein Halbrelief aus dem Jahr 1910. Das hängt bis heute in Gilead, einem Teilgebäude des Evangelischen Klinikums Bethel, das in 1910 gegründet wurde. Und man sieht Vater Bodelschwing, wie die Diakonissen ihn damals immer nannten, wie er als barmherziger Samariter den unter die Räuber Gefallenen den Kopf stützt und versucht, ihnen die Wunden zu versorgen. Da steckt natürlich bei aller protestantischen heiligen Malerei auch ein guter Gedanke darin, nämlich es geht hier zuerst auch um eine fachliche, in dem Fall medizinisch angemessene Hilfe. Der Streit, die Auseinandersetzung, gerade im medizinischen Bereich, welche neuen mutigen Gedanken wir fassen und umsetzen müssen, der ist in der Gründungsgeschichte Bethels eingezeichnet und hat auch immer die Leitungsverantwortung in den Stiftungen herausgefordert. Das war zuletzt etwa in den 80er Jahren die Frage nach der Epilepsiechirurgie, also der Chirurgie am Hirn und damit der ethischen Folgerungen, die damit diskutiert wurden. Aber am Ende war es immer die Konzentration auf das, was den Menschen hilfreich ist, was die Menschen auch für sich erwarten an Hilfestellung, was hier neue mutige Gedanken zur neuen Tat gebracht hat. Und das kann ich sagen, wenn neue Aufbrüche gelingen, das macht in der Tat Lust, das macht in der Tat Freude. Und Sie merken, das Gelingen ist eine ganz starke Motivationskraft, die mich antreibt. Aktuell ist eine Frage wichtig für uns im Blick auf die Innovation noch einmal zu sehen. Wie geht es weiter im Blick auf die diakonische Profilbildung, auf die neue Entwicklung unserer evangelischen Wurzeln? Die Leitfigur Bethels nach dem biblischen Motiv ist ja Jakob. Sie sehen auf dem nächsten Chart, nein, das ist noch das andere, da gehen wir einmal drüber weg bitte. Hier, da sehen Sie jetzt eine, auf der linken Seite, eine Himmelsleiterskulptur. Diese Himmelsleiterskulptur ist entstanden im Jahr 2017 zum 150-jährigen Bestehen Bethels. Geschaffen worden, damals in einem gemeinsamen Kunstprojekt von Künstlerinnen und Künstlern mit und ohne Handicap. Man sieht das auf dem Bild nicht so deutlich, aber die Engel sind hier Menschen, die auch ihre Versehrtheit am Leibe tragen und trotzdem auf dieser Leiter aufsteigen und absteigen und einander zur Hilfe werden, einander zum Beistand werden. Dieses Bild der Himmelsleiter, das steht mitten in Bethel so auf einem Kreisverkehr, wo man, wo auch ich oft täglich vorbeilaufe oder mit dem Auto vorbeifahre. Das ist für uns so ein Merkmal, ein Kennzeichen, ein Symbol mitten in der Ortschaft, das uns daran erinnert, die biblischen Geschichten, die biblischen Wurzeln, auf die wir uns beziehen, die Himmelsleiter, die Jakob sieht, auf der die Engel auf- und niedersteigen. Das sind für uns Herausforderungen dazu, heute unser diakonisches Handeln neu auszurichten und diakonisch weiter zu profilieren. Und das kann ich sagen, solche neuen Aufbrüche auch in der diakonischen Profilierung, die machen wirklich Freude, die machen wirklich Lust am diakonischen Handeln. Die letzte Folie, zurück zur ersten Liebe. Bethel war nicht meine erste Liebe. Ich habe lange in der Studierendenarbeit bin ich tätig gewesen. Ich war in der Gemeinde, ich war in der Kirchenverwaltung. Ich war immer da gerne als Pastorin, wo ich war. Das ist auch ein Segen zu sagen, am Ende eines beruflichen Lebens bin ich oft da gewesen, wo ich dachte, mit der Hilfe Gottes und ein bisschen Segen konnte man das eine oder andere auch zum Guten wenden. Aber in Bethel habe ich jetzt meinen Ort gefunden, in der Vielfalt der Menschen, für die ich da sein kann, mit denen ich da sein kann, Gottesdienst feiern oder über Teilhabe diskutieren. Und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrer Empathie, ihrem Engagement eigentlich dieses Werk tragen und nach vorne tragen und das gewiss auch tun, wenn ich schon längst im Ruhestand bin und mit meinem Mann unter anderen Gefilden wandere. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.